. . . . . . . Oh, Entschuldigung. Ich weiss, was mit deinem Arm passiert ist. Was? Wie kannst du das wissen? Weil du ein Engel bist. Hä? Hast du sicher gefallen, als du vom Himmel gekommen bist? Habe ich recht, m'lady? Elende Legasteiniger. Bist du dir bewusst, dass ich da oben gesessen bin, um nicht mehr neben dir zu sitzen? Äh, Feldstadt. Lass es mich nur mal probieren. Nein, merci. Gell? Die Arme macht dir in Wirklichkeit gar nicht weh. Du bist einfach zu heiss von dir selber. Sylvie, geh. Sind Sie Frau, geh? Ich bin Schwester Susanne. Sie dürfen mitkommen. Wie scho!" Rogue.